Musik Aktenzeichen XY ungelöst. Live. Aus Wien mit Peter Niedetzky. Aus Zürich mit Stefan Schifferer. Und aus München mit Rudi Zerne. Guten Abend. Liebe Zuschauer, das Schönste wäre, wenn Ihnen heute Abend etwas auffallen würde. Und sei es nur eine Kleinigkeit. Das könnte nämlich schon von entscheidender Bedeutung sein für die Kripo bei ihrer Fahndungsarbeit. Also von heute an werde ich Sie immer zu Aktenzeichen XY begrüßen, um ungeklärte Kriminalfälle vorzustellen.